Herzlich willkommen zur Gruppenauslosung Tom Berlin Oster Cup 2024. Wir gehen mit 40 Leuten Next Gen an den Start und danke für alle die teilnehmen. Wir freuen uns auf spannende Spiele. Der Cup wird über knapp sieben Wochen gehen bis Ende April. Tatsache wir spielen nämlich im Champions League Modus. Heißt acht Gruppen A5, 40 Leute genau und die Erstplatzierten gehen direkt ins Achtelfinale. Und Platz 2 und 3 gehen nochmal gruppenüberkreuzend in die Gruppenspiele um den zweiten Achtelfinale Platz. Und anschließend haben wir noch einen Bracket für Platz 4 und 5. Die spielen nämlich auch eine eigene K.O.-Runde. Die letzten 16 unter sich. Und ja, Format kommt gut an. Also Kritiken waren zumindest schon mal positiv auf dem Discord. Insofern freuen wir uns sehr. Und Bumi und ich haben auch lange geknobelt. Wie kriegen wir alle unter? Wie können wir machen, dass die Leute am längsten auch alle dabei sein können? Und ja, wir freuen uns auf spannende Spiele. Dankeschön auch an alle Teilnehmer für euren Kofi-Support. Ganz wichtig, das hält die Liga am Laufen. Wer Interesse hat, guckt einfach auf dem Discord-Server nach. Meldet euch im Anmeldekanal für die nächste Saison. Und ansonsten, ja, auch nochmal allen viel Spaß. Auch den neuen Mitspielern. Wir haben wieder 10 Wildcards dabei. Darüber freue ich mich sehr. Und nutzt die Chance. Macht euch eine schöne Zeit in der tollen Community. Und ja, wer später dann dabei bleiben will, freut uns natürlich noch mehr. Und jetzt geht es in die Gruppenauslösung. Also, Lostopf, Bumi und ich, mit bestem Gewissen haben wir 5 Lostöpfe kreiert. Uns an den Ligen und orientiert. Und an den natürlich Ergebnissen, Weekend-League-Ergebnissen. Rivals-Platzierungen der neuen Mitspieler. Da hoffen wir natürlich so ein bisschen auf eure Ehrlichkeit. Und wenn nicht, ja, wir werden mal sehen. Wer gewinnen will, muss sowieso alle schlagen. Also, wir gehen rein in Lostopf Nummer 1. Ja, wie soll es anders sein? Chris auf Platz 1, ganz vorne. Unser mehrfacher Pokalsieger, Ligasieger und, und, und. Was nicht noch alles? Marvin, zweite Saison dabei. Auch eine Wildcard aus der letzten Saison. Starker Spieler, freut mich. Natürlich auch in Lostopf 1. Und Matthias MK88, auch Topf 1. Natürlich Guri, ebenfalls ein guter Spieler. Neueinsteiger aus der letzten Saison. Bleibt auch dabei. Frische Wildcard, Bumbles Gaming. Und hat sich selber fair und gut eingeschätzt. Wir sind gespannt. Herzlich willkommen, auch ein Bayern München-Fan, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Zille natürlich in der 1. Borki und der Morgenland-Fahrer. Also, unsere acht Leute für Lostopf Nummer 1. naja bevor es wieder heiß ich verkriech mich als ja ganz gut platzierter in liga 2 lande ich im lostopf 2 und moment ist dabei und der checker 86 rafael 81 michael 11 12 chili und mingara kindl und der flen sie alles spieler die schon länger dabei sind sprich mindestens eine saison da haben wir jetzt in lust auf zwei mal keine wildcard dann hüpfen wir gleich mal weiter in lust auf drei erste wildcard 74 unterstrich potter solinger 1993 93 93 da hat sich ja schlüppig waren besonders gefreut endlich jemand aus solingen auch mit einer wildcard dabei matt mike saarbrücker 86 in der zweiten saison grace waren wir ebenso pedi ich hoffe er weiß es noch eine pedi haben wir verdonnert zum spiel dass er mit muss weil er gegen mich verloren hat im friendly sierra kilo 1988 und mp 0907 lostopf nummer drei wir springen in lust auf nummer vier und dort finden wir sarco 1909 tobias neumar und fabian alias wer nicht feuerwehr aber ihr wisst schon 17 glaube alle drei ganz frisch bei wildcards dann haben wir ollie alias konzo enden rings wenn auch zum ersten mal dabei also natürlich schon lange in der community aber zum ersten mal frisch fifa gekauft und ganz frisch auch im cup dabei im abo cabo smith und schlüppig bernd stage 5 ceo in lust auf nummer vier so die meisten krabben grubbler werden sich jetzt finden im los top fünf und da haben wir angefangen mit andre dann haben wir steve am start willi bvb willi akrobatik stefan ist da mark 09 nächste bvbler nico alias lukas papa bob mr bob flicks und alexio 20 7 9 lust auf nummer fünf haben wir alle 40 am start noch als ergänzung natürlich für die last gen sind es auch immerhin neun matchspieler geworden wir legen los auch ab morgen könnt ihr euch tummeln sieben wochen lang und wild hin und her daddeln last gen allerdings kein cup sondern mit neuen leuten reicht es leider nur für eine liga aber ich hoffe ihr habt trotzdem schöne spiele lernte leute kennen auch in der last gen liga haben wir drei neue wildcard spieler dabei also viel spaß aber ja es geht los ihr seht alles ja chris ja so ist klar borki also ist jetzt logisch die los top 1 leute legen natürlich immer in ihrer gruppe in den ersten platz das ist jetzt noch nicht ganz so spannend wir haben also chris borki bambels gaming matthias gruppe die zille in der e morgenland fahrer gruppe f marvin führt die gruppe g an und gruppe h guri jetzt muss ich schnell nach oben wieder flennen sie flennen sie viel spaß bei chris borki chili landet bei bammels gaming in gruppe c also wir mixen jetzt praktisch los top 2 dazu rafael kommt zu matthias michael 11 12 landet bei zille morgen land fahrer kommt den checker zwei der letzten wildcards in einer gruppe moritz auf zu marvin mingara kindl ist bei guri schnell wieder hoch und wir haben marcel in gruppe a und paddy wieder ein wiedersehen mit penny sehr geil und sierra kilo in gruppe c so länger in gruppe d 74 potter in gruppe e grace wandier ist ja witzig oder ihr drei seit alle aus der letzten season und weiterhin alle drei am start was mich sehr freut matt mike in gruppe g saarbrücker in gruppe h und ganz so muss auch in die blister gruppe marco gruppe b borki paddy marco coole gruppe bisher ist wenn gruppe c schlippi bernd nach die tobias neumann frisch dabei gruppe e fabi gruppe f gruppe g sarko 1909 und der letzte der vierte der vorletzte platz frank in gruppe h und schnell wieder hoch bob flex macht die gruppe a voll alexio macht gruppe b voll platz fünf in gruppe c geht an nico steve in gruppe d platz fünf und mark schließt gruppe e die f macht voll der andré und gruppe g macht voll der willi und in gruppe h haben wir stefan akrobatik alle gruppen sind am start jetzt ist der lauf folgender bumi ist jetzt schon ganz heiß und ganz fleißig wird wie wild die auslosung in die meinen spielplan software einpflegen während wir jetzt fleißig eine weekend league spiele machen in der zeit ich denke mal stündchen oder so kann ich dann mein spielplan wie es kennen mit dem discord verknüpfen ihr seht daran dass im ostercup kanal dann praktisch der link auftaucht den pin war natürlich auch wieder an wer neu dabei ist ihr könnt am handy einmal im osterkanal recht zwischen dann habt ihr künftig immer den spielplan link rechts oben und findet immer eure mitspielpartner denkt dran bitte noch mal aufruf an alle neuen vor allen dingen aber auch an die alten lest noch mal unsere regeln und bitte beachtet sie auch denkt daran fuhr teams keine leihspieler bitte keine jubels gibt mit l1r1 die jubel unbedingt und verhaltet euch ansonsten auch so wie ihr mit freunden spielen würdet und seid nicht toxisch das ist halt unsere community liga und so benehmt euch halt auch bitte denkt immer setzt euch den stuhl des anderen und dann klappt es auch alles noch mal die gruppen durch ganz in ruhe einmal schnell gruppe a chris flensy marcel ollie bob flicks gruppe b borki tom pedi maro alexio gruppe c bammels gaming chili sierra eldenring und lukas papa matthias raphael solinger stage 5 steve gruppe d gruppe e zille micha potter tobias mark 09 morgenland fahrer checker grace van der fabi und andre in gruppe f marvin moven matt mike sarko willi und gruppe h guri mingara kindel sag oika 86 smith und akrobatik ja ist doch cool also ich finde ja ist jetzt erstmal too much alles zu verarbeiten aber irgendwie finde ich die gruppen so ganz cool oder also gibt es eine todesgruppe nee oder gibt es ja eh nicht weil alle können ja weiterspielen und das könnt ihr dann nachverfolgen wenn es in meinem spielplan drin ist dann könnt ihr praktisch sehen die gruppensieger sind halt fürs achtelfinale qualifiziert platz zwei und drei jeder gruppe spielt über kreuz in den gruppen um den zweiten achtelfinale platz der verlierer scheidet dann leider aus dann geht es ab da weiter im achtelfinale im gold bracket haben es genannt und im silber bracket platz vier und fünf jeder gruppe landet dann halt unter den letzten 16 in silber bracket und die spielen eine eigene ko runde aus und dann gibt es auch im silber bracket noch wenn sie ja und dann spiel um platz zwei drei und vier gefällt oder hoffentlich bei fragen könnt ihr euch jederzeit melden wird ein cooler cup leute viel spaß bumi danke auch schon noch mal im vorfeld für deine hilfe und wie er es schreibt nach ihr wisst wo er uns findet bumi ist euer cup leiter schickt ihm bitte wie gewohnt die ergebnisse und denkt dran spielnummer immer dazu zu schreiben und dann wird es auch super schnell und zeitnah verarbeitet wie ihr es kennt und ja ich freue mich auch cooler modus bin gespannt wie es läuft denkt dran dass ihr am anfang nur drei wochen zeit habt ihr findet den zeitplan jetzt schon im ostercup kanal auch angepinnt das heißt ihr müsst acht spiele in drei wochen schaffen fangt nicht zu spät an ja fangt am besten gleich morgen an oder heute um mitternacht und machte macht dates ich bin auch gerne bereit meine gruppen mitspieler werde ich alle anschreiben wäre eine coole sache vielleicht machen wir einfach die spiele und stream wenn er wenn da keiner was gegen hat würde ich halt gerne machen borki paddy marbo alexio vielleicht gleich donnerstag ist doof weil donnerstag kommt star wars classic battlefront compilation raus oder collection ist damals battlefront classic collection so erscheint am donnerstag werden wir auf jeden fall reingucken und auch stream richtig schönes retro battlefield von 2004 und 5 für alle star wars fans ein muss und gucken aber und wie vielleicht freitag oder wochen also wir werden schon zeit finden auf jeden fall der cool dann habe ich nämlich meine spiele auch abgearbeitet ihr könnt natürlich auch die spiele direkt hintereinander machen ja also weil das schwerste an allem ist ja immer den termin zu finden und zu vereinbaren und insofern wenn ihr euch jetzt datet dann könnt ihr halt einspielen dann tauscht ihr halt die heimmannschaft aus möglichst und dann macht er auch beide spiele hintereinander also sollte kein problem sein dann